Ok, die Kamera läuft. Kann man es essen? Ja, ja. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu unserer Kochshow. Heute kochen wir... Clemens! Hallo! So, erzählen Sie mir doch mehr, was kochen wir heute mit Ihnen. Heute machen wir Spezialmehl-Pancakes. Wow! Hallo Wellington! Was ist denn so speziell an diesem Spezialmehl? Verzähl es dir. Supergeil! Hammer! Wow! Easy! Jetzt können wir noch ein paar Pancakes machen. Das müssen wir alles noch rein. Ist gut. Einer mit! Yeah! Platten anschalten. Da ist aber schon eine drin drin. Oh, geile Sache! Das haben wir gestern schon zusammen kochen. Yeah! Das geht los! Yeah! Ja, ja, das geht gut. Ja, das geht gut. Ja, das geht gut. Das geht gut, das geht gut, das geht gut. Ja, perfekt. Ihr seht es, Clemens jetzt. Ja, es fällt auf. Das sind schon fix fertige Wellington's. Wow, wow, wow. Wow, wow. Test it! Yeah, man! Man kann auch probieren. Test it! Yeah! Wow! 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 Okay, wir laufen mit dabei. Wow! Wow! Oh, yeah! Wow! Oh mein Gott! Okay, Essenz, wir haben sie hier im Studio total geknitten. Wir haben es völlig geknitten. Das ist mal. Vielleicht gehen wir da mal etwas von anderen anstellen, damit das nicht sofft. So, das war eine schöne Show. Kannst du noch etwas machen? Ich glaube wir müssen gehen. Schönen Abend noch miteinander. Ade!